Ich habe lange überlegt, was passt am besten, aber dass mit Fürth eigentlich eine sehr, sehr laufstarke Mannschaft, aber auch eine aggressiv Mannschaft auf uns zukommt, das passt dann eher zu Nils. Und Nils läuft viel, Nils ist auch gut am Ball, ist aggressiv, aber hat auch ein gutes Umschaltspiel nach vorne. Und ich habe ihm mal heute gesagt, dass er mal ein bisschen nicht so viel denken soll, sondern einfach mal Fußball spielen. Und ich habe ihm wieder auf den Weg gegeben, I hope you score, und er hat es getan. Das ist Fröhling. Komma, wumm, 1-0 Hansa. Tor, 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 Nils Fröhling, aus 25 Metern, oben rechts, rein, was für ein Pfund, was für ein geiles Ding, Nils Fröhling. Jetzt in den Blau von Bröger, Bröger du bist schneller, Bröger schneller als bei zwei Gegenspieler, da kommt er nicht hinterher, der 27er, Bröger allein und hinten wird gezeigt, bring ihn doch zu mir, bring ihn doch zu mir, Tor, 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 Tor. Tor, 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 Tor Vielen Dank.